Es war und ist natürlich eine Erzensangelegenheit, nach Hause zu gehen. Und für mich war klar, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen Gedanken auch noch hatte, vielleicht was anderes zu machen, als die Gespräche, die sehr professionell abliefen, das muss ich an der Stelle unterstreichen, da habe ich gesehen, da kannst du wirklich was aufbauen wieder in den nächsten vier Jahren. Und da habe ich total Lust drauf. Am 16. Januar 2013 habe ich genau in diesem Klubzentrum ja meinen Abschied gefeiert. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich neun Jahre beim 1. FC Köln verbringen werde und danach als Vorstandsvorsitzender zurückkehren werde, dann hätte ich gesagt, ja, genau, und lass uns über was anderes reden. Also es war schon ein sehr emotionaler Tag. Durch die frühzeitige Information hatten wir genügend Zeit, uns in diesem Auswahlprozess möglichen Kandidaten anzuschauen, ohne Zeitdruck. Und haben uns, wie wir heute auch sagen können, definitiv aus unserer Sicht für den besten Kandidaten entschieden. Deshalb sind wir auch froh, dass mit dem Alex natürlich auch einer, der ein Stück weit aus der Region kommt, der ein Stück weit der VfB-Eigengewächs ist, der viel Profifußballerfahrung mitbringt. Und, ja, können wir sagen, mit dem Schmunzeln sagen, jetzt auch mit 40, sagt man, als Schwabe, endlich gescheit geworden ist und insofern auch jetzt zu dem Zeitpunkt sehr gut zu uns passt. Dennoch ist natürlich unser übergeordnetes Ziel, ganz klar maximalen sportlichen Erfolg zu erzielen, ohne dabei die wirtschaftliche Existenz des Klubs zu gefährden. Das steht natürlich über allem. Wünsche ich persönlich, mir habe ich auch schon häufiger gesagt, dass wir bis dahin ganz klar über dem Strich stehen, als VfB. Und ich wünsche den Kollegen aus Köln, dass sie bis dahin ihr Ziel erreicht haben. Sie haben es ja noch nicht öffentlich formuliert, das Ziel, deswegen will ich es jetzt auch nicht formulieren. Das wünsche ich mir. Und ansonsten, ganz klar, ansonsten nehme ich das sportlich.